Data Researchers. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik und Professor für Industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an Digitalisierungslösungen für die Logistik, das Gesundheitswesen, die Datenwirtschaft und Automotive. Heute geht es bei Data Researchers um... Heute möchte ich über ein ganz besonders aktuelles Thema sprechen, nämlich Gaia X. Und ich möchte vor allen Dingen drei Fragen beantworten. Die erste Frage, die wahrscheinlich die meisten bewegt, ist, was ist das eigentlich, Gaia X? Die zweite Frage, die nicht weniger interessant ist, warum braucht man Gaia X? Wofür soll das eigentlich gut sein? Und die dritte Frage, die sich daraus ergibt, ist, was hat das Ganze mit der International Data Space, der IDS-Initiative zu tun? Fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an. Was ist Gaia X? Gaia X schafft eine vernetzte Dateninfrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen in Deutschland, in Europa, aber letzten Endes in der ganzen Welt. Eine vernetzte Dateninfrastruktur ist deshalb besonders wichtig, weil Gaia X nicht eine weitere zentrale Cloud-Plattform darstellt, sondern vielmehr bestehende Cloud-Angebote, sowohl zentral, zentrale Cloud-Plattformen, aber auch lokale Cloud-Plattformen, sogenannte Edge-Clouds, miteinander verbindet. Denn, was sehen wir? Im industriellen Umfeld ist es eben so, dass wir eine ganze Reihe von verschiedenen Cloud-Angeboten bereits haben. Und es ist nicht die Herausforderung, eine weitere zentrale Cloud zu etablieren, sondern vielmehr bestehendes und neues intelligent miteinander zu verbinden, Interoperabilität herzustellen, also die Möglichkeit zu schaffen, dass Daten ausgetauscht werden, aber gleichzeitig eben halt auch dabei Datensouveränität zu wahren, nämlich sicherzustellen, dass der Datengeber Kontrolle über seine Daten ausüben kann, selbst wenn sie geteilt werden. Darum geht es bei Gaia X. Und Gaia X zielt also ab auf Cloud- und Datensouveränität. Nun kommen wir vielleicht zu der zweiten Frage. Warum ist das überhaupt wichtig? Wir sehen seit einigen Jahren einen großen Trend, den man vielleicht beschreiben kann mit einem Wandel von der Mechanisierung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten und im letzten Jahrhundert sehr stark gesehen haben, hin zu einer Digitalisierung. Ein wesentliches Merkmal dieser Entwicklung ist die Existenz und die Entstehung sogenannter Plattformen. Wir sprechen auch von einer Plattformökonomie. Plattformen kennen wir alle aus dem privaten Umfeld. Das sind beispielsweise Facebook oder Apple, aber auch Netflix beispielsweise. Und der Rohstoff für erfolgreiche Plattformen und damit auch für erfolgreiche Geschäftsmodelle und am Ende auch für erfolgreiche Volkswirtschaften sind Daten. Daten sind also der Rohstoff der Zukunft. Und deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass wir die Kontrolle behalten über die sogenannte Datenwirtschaftungskette. Die Datenwirtschaftungskette entsteht oder beginnt quasi dort, wo die Daten entstehen. Beispielsweise im Industriebetrieb, in der Produktion oder auch in Geräten und Produkten, die wir nutzen, denken wir nur an Autos, die erfahrene Sensoren sind. Also dort entstehen die Daten. Und was passiert dann damit? Daten werden dann häufig lokal schon mal zwischengespeichert und vorverarbeitet. Aus sogenannten Edge-Cloud-Anwendungen und Lösungen werden die Daten dann transferiert in zentrale Cloud-Plattformen, wo sie dann ausgewertet analysiert werden, häufig auch durch Verfahren des maschinellen Lernens und dann letzten Endes der Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Also diese gesamte Datenwertschöpfungskette ist ein ganz wichtiges Element nachhaltiger Geschäftsmodelle. Und deshalb muss es Interesse der Unternehmen in Deutschland und Europa sein, diese Datenwertschöpfungskette zu verstehen und auch selber mitgestalten zu können. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja deshalb nicht zu Unrecht gestern auf dem Digitalgipfel in Dortmund gesagt, dass es Europas Anspruch sein muss, alle Stationen dieser Datenwertschöpfungskette auch kontrollieren und gestalten zu können. Also deshalb ist das wichtig. Was hat das Ganze mit der International Data Spaces Initiative zu tun? Nun, wir haben schon gesehen, dass in dieser Datenwertschöpfungskette es sehr stark um zwei Dinge geht. Einerseits werden Daten nicht nur erzeugt, sondern sie werden eben gespeichert. Das ist der erste Punkt. Sie werden zwischengespeichert lokal und in zentralen Cloud-Plattformen. Und des weiteren, der zweite Punkt ist, diese Daten werden genutzt. Und wenn wir den Anspruch haben, Datensouveränität über die gesamte Datenwertschöpfungskette sicherzustellen, dann müssen wir uns darum kümmern, dass Datensouveränität für Daten, die gespeichert werden, also Data in Rest, sagt man auch, greift, aber eben halt auch für Daten, die genutzt werden, also Data in Use. Nun, die IDS-Initiative kümmert sich um Datensouveränität für die Nutzung von Daten, also Data in Use. Und was uns lange fehlte, ist letzten Endes die Souveränität der Daten, die gehalten, also gespeichert werden, also Data in Rest. Und genau da knüpft Gaia-X an und gemeinsam IDS und Gaia-X verschmelzen zu einer gesamten vernetzten Dateninfrastruktur, die dann eben halt die Möglichkeit mitbringt, die gesamte Datenwertschöpfungskette wirklich in souveräner Art und Weise zu gestalten und aufzubauen. Und deshalb ist es ein Thema, was von ganz hoher Relevanz ist, aber eben halt auch von ganz hoher Dringlichkeit, denn wir sehen ja, dass diese Cloud-Plattformen sich sehr stark ausbreiten und deshalb ist es eine sehr wichtige Initiative, die wir gestern hier in Dortmund gestartet haben, beziehungsweise die von der Bundesregierung initiiert wurde, an der wir dankenswerterweise dabei sein konnten. Und sie kommt zur richtigen Zeit, ist dringlich und es macht sehr viel Spaß, da ein Teil von zu sein.